Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach langer Zeit gibt es mal wieder ein YouTube-Video von mir. Wir haben uns für 2019 vorgenommen, ein bisschen mehr wieder auf YouTube zu bringen, ein bisschen aktiver zu sein und wir haben richtig Bock, jetzt hier durchzustarten. Mit wir meine ich übrigens auch Tim Hinsler der Kamera. Ja, und wir haben uns auch ein bisschen professionalisiert, hier ein bisschen aufgestockt. Ihr werdet in Zukunft hier auf jeden Fall coole Videos erwarten können. Wir starten heute hier ganz lockerflockig mit einem Q&A, damit ich euch mal wieder ein bisschen auf den neuesten Stand bringen kann. Und ich würde sagen, wir fangen auch sofort an. Ich habe euch nämlich per Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen zuschicken könnt. Und hier sind schon einige zusammengekommen. Und ich scrolle jetzt einfach mal durch und stoppe irgendwo. Und dann schauen wir mal, was so eure Fragen waren. Frage Nummer 1. Was wäre für dich ein Trennungsgrund? Ich glaube, bis ich mich trennen würde, müsste wirklich einiges passieren. Fremdgehen wäre für mich ein Trennungsgrund. Ein Trennungsgrund wäre aber auch, wenn man nur noch aneinander vorbeilebt und gar nicht mehr so richtig dieses Partnerschaftliche führt, wenn die Interessen zu weit auseinander gehen. Wenn man sich nichts mehr zu erzählen hat nach 20 Jahren, auch das wäre ein Trennungsgrund für mich. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, schon echt... Scheiße, gedacht. Das heißt also in 20 Jahren, mach ich gut, ne? Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ja, das wären eigentlich so meine Trennungsgründe. Ja, oder? Was willst du denn sagen? Ja, ich sage doch nicht, in 20 Jahren, du... Ja, also wenn wir uns in 20 Jahren nennen, dann haben wir uns nichts mehr zu erzählen. Ja, aber würdest du denn in der Beziehung noch weiter glücklich sein, wenn man sich schweigend gegenüber sitzt am Essenstisch und sich nicht mehr zu erzählen? Ja, 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 aber das ist ja was anderes. Nein, das ist, wenn man sich nichts mehr zu erzählen. Aber wir werden uns bestimmt noch ganz viel zu erzählen. Ja, weiß ich. Was war das kurioseste Produktprojekt, was dir angeboten wurde, es vorzustellen? Sollte, glaube ich, die Frage heißen. Schwierige Frage. Also ich glaube, ich habe schon so viele unzählige Anfragen bekommen, die manchmal auch gar nicht bis an mich durchringen, weil die dann vom Management direkt abgepfeffert werden. Aber eine Sache, das war wirklich sehr kurios, da hatte ich mal eine Anfrage für so einen Zahn-Whitening-Stift. Ich lasse mir die Sachen grundsätzlich immer vorher zuschicken und teste die einige Wochen aus, um wirklich zu gucken, ob das Produkt was taugt oder nicht. Und ich habe diesen Whitening-Stift ausprobiert, mehrmals. Also ich glaube, so achtmal hintereinander, über den Tag hinweg verteilt. Und ich habe keinerlei vorher-nachher-Ergebnisse feststellen können. Und dieser Stift hat, glaube ich, 18 Euro oder so gekostet. Also der war richtig teuer. Die Kooperation habe ich dann natürlich abgelehnt. Aber das war so ungefähr der größte Fail, den mir bis jetzt widerfahren ist. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein, aber ich glaube, das war es, ja. Nächste Frage. Lieblingsurlaubsziel? Ich glaube, ich würde es jetzt einfach mal auf das Jahr jetzt beschränken, also auf 2019. Und wir haben ja vor, auf die Seychellen zu fliegen, unsere Flitterwochen endlich durchzuführen. Und deswegen freue ich mich am meisten auf die Seychellen. Ja, und wir hatten geplant, dieses Jahr nochmal nach L.A. zu fliegen oder generell dieser ganze Kreis dort. Und darauf freue ich mich auch schon richtig. Wir haben zwar noch nichts geplant und nichts festgelegt, aber wir wollen auf jeden Fall nochmal hin, weil wir es mega vermissen. Wie hast du dir das Schminken so schön beigebracht? Vielen Dank für das Kompliment. Ich glaube, bei mir ist noch ziemlich viel Luft nach oben, wenn ich so meine ganzen YouTube-Mädels und Kolleginnen und Kollegen anschaue. Aber ja, was soll ich sagen? Ich denke, durch viele YouTube-Tutorials tatsächlich viel durch Ausprobieren. Ich wurde natürlich auch viel geschminkt in den letzten drei Jahren, seitdem ich YouTube mache und auf Instagram aktiv bin. Von verschiedenen Make-up-Artists oder Visagisten. Da habe ich mir auch mal so das ein oder andere angeguckt. Also ich glaube, es ist so ein Sammelsurium aus allem. Bist du derzeit glücklich mit deinem Leben, Mann, Haus, Arbeit? Liebe Grüße, danke, liebe Grüße zurück. Ja, ich bin sehr glücklich. Also ich habe das Jahr 2019 so richtig als Neustart genutzt und bin momentan mehr als happy. Also ich könnte mir nicht vorstellen, was unser Leben gerade schöner machen könnte. Wir haben super viele Pläne, viele Projekte und ich freue mich mega auf das neue Jahr. Und ja, bin echt happy. Die liebe Stina hat gefragt, wie oft habt ihr Streit? Ich denke mal, damit ist Tim gemeint, wenn er hinter der Kamera sitzt. Also ich glaube, man kann es gar nicht so richtig zusammenfassen, weil wir wirklich sehr wenig streiten, wenn wir überhaupt streiten. Also wir diskutieren eher, würde ich sagen. Wir diskutieren ein paar Mal im Monat oder so, wenn es jetzt um irgendwas geht. Meistens wirklich, wenn es um die Arbeit geht. Oder Wäsche. Ja, oder Wäsche. Wäsche ist eigentlich das größte Diskussionsthema. Ansonsten, warum diskutieren wir noch? Eigentlich nur wegen der Arbeit. Wenn wieder irgendwas abgeliefert werden muss oder wenn irgendwas zu stressig wird oder so, dann ist Tim eigentlich grundsätzlich immer schuld, meines Erachtens. Und ich bin bei Tim immer schuld, seines Erachtens. Aber das sind dann so kurze Situationen, die dauern so 5 bis 10 Minuten und danach ist alles wieder vergessen. Ja, wenn überhaupt. Ja, aber ansonsten sind wir echt ein super Team, Schatz. Oh, voll vorbei. Hast du Tims für mehr Unabhängigkeit vom Partner? Das finde ich auch eine super spannende Frage. Ich hatte schon Beziehungen, wo man wirklich nur zusammengehangen hat. Also wirklich nur zusammengeklebt hat. Auf Dauer funktioniert sowas meines Erachtens einfach nicht. Also Tim und ich arbeiten auch super viel zusammen. Ich glaube, das seht ihr auch immer in meinen Storys und so weiter. Oder jetzt auch hier. Aber wir haben es trotzdem geschafft, uns Freizeiten für uns selbst einzuteilen. Also ob es jetzt wirklich ist, abends mal mit den Freunden wegzugehen oder ich mache auch mal mit meinen Mädels ein Wochenende oder fahre mal mit denen weg für ein paar Tage. Oder auch wenn ich auf dem Job bin, dann sind wir mal getrennt. Und zwar ist es immer schöner, wenn man irgendwie zusammen ist, gerade wenn man so auf Reisen ist. Aber letzten Endes freut man sich dann umso mehr, wenn man sich dann wieder sieht. Ich glaube, das muss echt so ein Zusammenspiel sein. So aus Dingen, die man zusammen unternimmt und Dinge, die man halt wirklich getrennt voneinander unternimmt. Und dass jeder auch noch so seinen eigenen Freundeskreis hat. Also klar verstehe ich mich auch mit Tims Freundeskreis und er sich auch mit meinen Mädels. Aber trotzdem finde ich es eigentlich immer noch ganz gut, wenn jeder noch so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Man ist ja trotzdem noch eine eigenständige Person. Und deswegen finde ich trotz, dass wir verheiratet sind, dann kann man auch noch mal was alleine machen. Ja, und nicht eifersüchtig sein. Ach so, ja, das sowieso nicht. Also ein bisschen, klar, kann man immer, aber nicht so, dass es stört. Ja, ja, aber da sind wir ja auch komplett. Eigentlich kannst du dich direkt neben mich setzen hier. Das sind nur so Beziehungsfragen hier. Okay, ich schau mal weiter. Was würde es so tun, wenn Tim tätowiert nach Hause käme? Also ich glaube, in der nächsten Zeit wird das nicht passieren. Ich weiß, dass Tim das mal angemerkt hatte, dass nur wenn wir irgendwann ein Kind kriegen sollten, oder mehrere Kinder, dann würde er sich für die Kinder irgendwas tätowieren lassen, was ich auch ganz schön fände. Aber ansonsten mag ich ihn auch so, wie er so ist. Aber wie würde ich reagieren? Ich glaube, ich wäre erst mal komplett geschockt und würde denken, dass du mich verarschen würdest, dass das irgendwie so ein Aufklebetattoo ist, wird erst einfach so ein Abzug kratzen. Aber letzten Endes ist es ja auch dein Körper und du musst dich wohlfühlen damit. Und wenn du das schön findest, werde ich mich halt auch dran gewöhnen. Lässt Tim wie 90% der Männer auch überall seine Socken rumfliegen, anstatt sie direkt wegzuhalten? Ja, sie liegen überall. Sie liegen vor dem Sofa, sie liegen neben dem Bett, sie liegen neben dem Wäschekorb, anstatt sie in den Wäschekorb zu schmeißen, obwohl er so 5 cm daneben steht. Dazu sagst du mal lieber nichts hinter der Kamera. Was ist das Schlimmste, was du deinen Freunden angetan hast oder sie dir? Ich versuche immer bei mir selbst anzufangen. Natürlich ist kein Mensch perfekt und jeder macht Fehler. Ich überlege jetzt gerade, ob es wirklich mal so war, dass sich einer Freundin oder einem Freund so richtig was Schlimmes angetan hat, sodass wir danach nie wieder Kontakt hatten. Also alle, die mich kennen, wissen, ich bin eine super friedenswillige Person und wenn mal ein Streit vorkommt oder eine Unstimmigkeit, dass ich da drüber hinweg schaue. Also bei mir muss wirklich schon was richtig Krasses passieren, dass ich sage, ich kann diese Freundschaft nicht mehr weiterführen. Weil wenn ich jetzt mal so meine Freundschaften anschaue, ich bin halt immer noch mit allen meinen Mädels befreundet, mit denen ich auch früher zur Schule gegangen bin. Oder also ich habe wirklich keine Freundschaft, die jetzt irgendwie erst so seit ein paar Monaten besteht, sondern halt wirklich, das sind die meisten Freundschaften, sind halt wirklich schon so seit Jahren einfach da. Und ich glaube, das spricht auch so für sich. Was mir angetan wurde in der Freundschaft, ich glaube, das kennen einfach super viele, dass man einfach belogen wird, dass Leute einem etwas nicht gönnen, dass vielleicht manche Leute neidisch sind. Ich versuche immer, über sowas hinwegzusehen, weil ich mir denke, das kann auch gar nicht sein. Wie kann in einer Freundschaft sowas existieren oder verstehen? Aber es gibt sowas tatsächlich. Ich merke, mir tut eine Person nicht gut. Dann wende ich mich von der Person ab und versuche halt einfach nicht mehr, so viel Kontakt mit dieser Person zu halten. Versuche das dann auch nochmal so von einer etwas anderen Perspektive zu sehen. Und ja. Dann kam eine Frage zu meinen Augenbrauen. Wieso malst du deine Augenbrauen trotz Microblading noch nach? Ja, das ist ja ein sehr aktuelles Thema gerade bei mir, weil ich mir die Augenbrauen ja vor drei Wochen habe machen lassen. Nach drei Jahren Überlegung endlich. Ich male mir die Augenbrauen nur nach, wenn ich quasi einen ausdrucksstarkeren Look haben möchte. Also ich habe mich dazu entschieden, eine sehr natürliche Methode bei mir stechen zu lassen, wo man wirklich die einzelnen Härchen sieht, was jetzt nicht so balkenmäßig aussieht, weil ich zum Beispiel im Sommer auch gerne mal ungeschminkt rumlaufe. Und dann, finde ich, passt das nicht so gut zusammen, gerade zu mir, weil ich so ein heller Typ bin. Also wir waren jetzt vor kurzem auf der Glow. Da habe ich mir die zum Beispiel nachgezogen, weil ich auch ein sehr starkes Make-up drauf hatte. Aber wenn ich jetzt so im Alltag rumlaufe oder so, würde ich mir die nicht nachmalen. Und es ist einfach super entspannt, morgens aufzustehen und schon mit fertigen Augenbrauen aufzuwachen. Dann kam eine Frage. Du bekommst immer so viele Pakete, aber zeigst wenig davon in deiner Story. Warum? Früher habe ich super viel in meiner Story gezeigt. Ich glaube sogar fast jedes Paket. Mittlerweile bin ich mir eher bewusst, was für eine große Reichweite tatsächlich hinter meinem Kanal steht. Je größer die Reichweite, desto größer natürlich auch die Verantwortung, die man für diese Reichweite trägt. Und ich habe mich so ein bisschen davon distanziert, willkürlich Produkte in die Kamera zu zeigen, die ich selbst noch nicht getestet habe. Was war dein Traumberuf, als du klein warst? Ich habe als kleines Kind immer gesagt, ich möchte Malerin werden. Was auch immer ich mir darunter vorgestellt habe, es sollte auf jeden Fall irgendwas Kreatives sein. Ich denke mal, ich habe damit damals Künstlerin gemeint und jetzt nicht Anstreicherin oder Maler und Lackiererin. Ja, das bin ich zwar nicht so ganz geworden, aber trotzdem ist es ja was Kreatives geworden. Das war mal Q&A als Einstieg wieder in mein YouTube-Flow, um ein bisschen wieder reinzukommen. Ich hoffe, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr noch eine Frage habt, die nicht beantwortet wurde, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann bin ich dort auch noch aktiv für euch. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, whatever. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.